Schwups. War ich jetzt nicht gerade die ganze Zeit auf dem Secret unterwegs? Ach, ich brauche eine Fe... Was? Nee, ich brauche eine Shell. Äh. Nein. Nein. Na, Mann. So, jetzt muss ich aber hinkommen. Denk dran, du musst groß sein beim Sie... Oh. Wo haben wir unseren Pilz noch? Ah. Ja, ich glaube, ich will groß bleiben. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas sagt mir, ich will groß bleiben. Ja, Ski, ich habe es gesehen. Guck mal später in Skype. Warum? Also, mache ich aber, warum? Ach, war jemand von euch der Zocker? Das kann natürlich auch sein. Huch. Na komm, das kriegen wir auch anders hin. Nee, das lassen wir. Das funktioniert, glaube ich, sogar gar nicht mal so gut, wenn ich hier das aus dem Stand machen will. Weil, weil... Und so. Nimm den Chuck. Na gut. Jan! Lass mir meine Sprüche. Nein! Chuck, please. Mann! Gibt's doch nicht. Danke. Ach, wirst du ja lesen. Okay. Mit Sicherheit werde ich das. Nein! Naja, ich muss ja immer... Ach, ich muss so groß bleiben. Ich muss immer darauf gefasst sein, dass ich von euch getrollt werde. Das bin ich auch schon gewohnt. Huch. Ach. Jetzt bin ich aber echt schlecht hier. Kaum fängt man mit Safestates an, wird man so unfassbar schlecht. Also schlechter als davor. Blonk, blonk, blonk. Flop. Press a button. Ach. Toll. Moment. 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 Ich kann jetzt ja... Ich hab doch den gelben schon gedrückt. Ich kann jetzt ja hier drin weiter gucken. Ich kann jetzt ja hier drin weiter gucken. Nein! Wie? Ich hab überhaupt nicht vergessen, wer wer ist. Ich hab gesagt, du bist Jan und, und, und... Äh... Aha, 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 aha. Ich hab mich. Big switches. Okay. Ach so, ja. Okay. Okay. Okay, in... In einer Höhle ist ein... Ist eine Secret Area. Und man soll die... ...offensichtliche Secret Pipe... ...nicht beachten. Und zwischen Hedgehogs und Caterpillars. Also da fällt mir auch nur ein Level ein. Aber wo waren denn da jetzt bitte... ...nochmal Blöcke, die man jetzt begehen kann? Na, wir werden sehen. Hier war das andere Level mit dem Yoshi. Ach, guck mal. Du wechselst es trotzdem keine mehr. Ja, das ist richtig. Conan, hör mal zwei Minuten auf zu spielen. Ich muss kurz runter. Okay. Ja, das mit dem Kaperdor... ...habe ich aber auch nur einmal vergessen. Ach, das hier ist die offensichtliche... ...Secret Exit Pipe... ...und jetzt kann ich hier rein. Oder was? Ach, hier rein oder... ...ne. Hier wahrscheinlich. Ja, in der Tat. Ach, hier gibt's dann nochmal den Yoshi... ...und... ...den Goomba, mit dem ich reden kann. Nö, ich will's spielen. Bonus Game! Nein, das vergesse ich nicht mehr, Jan. Keine Sorge. Ist das jetzt ein normales Level oder was ist das jetzt? Das ist ein normales Level, okay. Warum sollte man das jetzt spielen? Hat man da irgendwas von? Außer, dass es ein schönes Level vermutlich ist. I don't know. Aber sehr interessant gemacht, das muss man sagen. Wirklich ein schöner Hack. Irgendwann werde ich's schon vergessen, Jan. Das ist gut möglich, aber so schnell denke ich noch nicht. Das sind so Sachen, äh, die... ...die macht man einmal falsch und dann... ...ist man da deswegen so peinlich berührt von... ...dass man das nie wieder vergessen will. Und sich dann auch... ...was tue ich. Und sich dann auch anstrengend ist, nicht zu vergessen. Na, natürlich. Oh! Dich nehme ich gerne mit. Tup, tup, tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Hier geht's hoch. Okay. Man, ja, aber du bist Conan. Das ist richtig. Das ist auch das Problem, was ich immer hab. Tup, tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Tup, tup. Einfach hier durch. Yay. Yay. Wat? Ach so. Ach so, man kann sogar zurück. Nee, kann man nicht. Wee, so much lives Ja, schön Oh, geht immer noch weiter Oh, ich wette, ich wette, ich wähle das Richtige Oh, wir nehmen natürlich rechts Ihr wollt es doch, dass ich rechts lang gehe Federpilz Oh, und ich muss mich wieder umentscheiden Also diesmal war im Prinzip rechts, naja, je nachdem wie man es nimmt Gehen wir wieder rechts Zwei Leben Ja, das war doch in Ordnung Ach, du schon wieder Huch, ich habe ihn eingesammelt Kommt ja mit Wettbewerben bei Pokémon So, und hier Ne, hier, wo war das denn jetzt Wo war jetzt dieser Hedgehog Das war hier, ne, der Hedgehogpfad Mit den Hedgehogs und den Caterpillars Ich glaube ja, hier waren auch Caterpillars Ja, doch, genau Und da sind jetzt irgendwo Oh Gott, da waren doch so schon Sequels Ach, da sind jetzt nochmal irgendwo Blöcke Okay Okay Wo könnten die sein? Ich weiß es nicht Aber ich würde gerne meine Fehler behalten Definitiv Wie ich den jedes Mal angreifen will Nein So viel wieder zum Thema Dummheit Das war gerade schon sehr Das auch Wettbewerbe sind blöd Ja, vor allem wie die man nicht gewinnt Also alle Äh Okay, hier wollte ich nicht hin Ich bin so klug Really Du verpiss dich Tschö, Jan Mach's gut Schlaf gut Und was auch immer noch So Kommt Nicht ganz so viel Rewinden, please Ich geb mir Mühe Erklär mal jemand einem Twitch-Noob Wie mir Wie mir Warum Der Emero Ein Zugehöriger Ich bin jetzt rausgekommen Bin ich blöd oder so Was meinst du? Warum dem Emero ein zugehöriger Kanal ist? Naja, wahrscheinlich weil er auch Mario spielt Oder was meinst du mit dem zugehörigen? Wird das irgendwie angezeigt als zugehöriger Kanal? Oder, 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 oder 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 Ach, hier geht's auch rein Na, wahrscheinlich weil er halt auch Mario hat im Dings und so weiter Zugehöriger Kanal, ah, okay Vielleicht einfach sind da ähnliche Leute Also nicht ähnliche Leute, sondern Leute, die ähnliche Sachen gespielt haben Das kann ich jetzt nicht sagen Muss ich mal drauf achten Könnte ich mir aber vorstellen Weh, das ist der falsche Weg hier Huch Wieso müsste es Decay sein? Ne, ne, ich denke es geht eben wirklich darum, wer Wer welche Spiele gespielt hat Und im Emero hat er definitiv mehr Mario gespielt als Decay Na toll, jetzt bin ich wieder hier Aber jetzt habe ich doch überhaupt keine gelben Glöcke gesehen Oh Oh Ja, und wo drücke ich dich jetzt? Ach, hier einfach Das hätte ich quasi auch am Anfang finden können Toll Das hätte ich schon eher haben können Hätte ich nicht nochmal das ganze Level spielen müssen Ja, natürlich bin ich bereit Ich bin so viel Oh mein Gott, ich habe alles verloren Ich habe alles verloren und ich kriege meinen Pilz wieder Oh, die Musik Du, 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 du Hm, das ist halt das Tief Ach, es ist so schön Sonic Musik Sonic Sonic Das ist eine Katastrophe, was sie aus dem Sonic-Dingens derzeit machen Diesem komischen Total merkwürdigen Was ist das jetzt hier? Ach so Diesem komischen Sonic Boom Was für ein fürchterliches Spiel Heilige Scheiße So Hops Nö Mist Ich muss mal gerade wieder den Chat lesen Entschuldigung Deine Schere ist entlaufen Na, da hättest du freundlicher zu ihr sein sollen Weil sie nicht abgehauen No Du hast sie Sehr gut Oh, wieso läuft er denn da nicht weiter? Wirst du mich veralbern spielen? Äh Wieso kann ich nicht weiter als das zurückspulen? Komisch Na bitte Mario Physics, please Peace Witch Okay 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 Aha Yay Und wieder mehr Münzen und Leben und alles Da wären andere Power Apps drin gewesen Aber ist ja egal Yay Yay Ich hole jetzt alle Münzen Nein, natürlich nicht So Abflug Schön Es ist noch nicht vorbei Achso, natürlich Jetzt gibt es wieder den Dings zum Einsammeln, den Goomba Und dann ist wahrscheinlich auf der Oberwelt wieder ein Goomba auf Wahrscheinlich Bin ich mal gespannt Ich denke mal, ja Hoch Ja, da ist er Jetzt bin ich echt gespannt, ob er auf der Oberwelt wieder auftaucht Das war nämlich cool Und 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 Plopp Wie cool So So Nio Aquaria Dann machen wir denn jetzt noch, ist die Frage Hä Das hier ist jetzt das Das ist Das ist Wasser, das nach oben geht und mit mir mit Okay Das tut beides Hilfe Ich mag das Level jetzt schon nicht Weil Wasser Böses Böses Layer 3 Wasser Ah Ihr schießt ja Hört auf zu Ich dachte ich konnte Wie gemein Sehr anhängliches Wasser, ja Durchaus Moment, hier kann man rein Wow, what the Ah, Alter So viele Fallen, in die ich laufen kann Und auch braun laufe Oh, hier geht's nicht kaputt Natürlich nicht Warum auch Äh, entweder Danke Das war im Originalteil schon verdammt merkwürdig Ja Es wirkt echt merkwürdig Das stimmt Der Hack ist von FBI Fuck this shit Jetzt geht doch durch die Lücke Danke Nein Wow 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 What the Was zur Hölle Genau Was zur Hölle Genau Der Dani hat's gepostet Guter Dani Es ist auch okay zu sterben Ja Das stimmt Wir haben mittlerweile wieder 26 Leben Aber ich schaffe es Ich schaffe es halt nicht mehr wirklich Ah Ich bin jetzt halt schon wieder in diesem Revined und Save State Gedönse drin Weil es ist auch glaube ich mittlerweile Echt ein bisschen zu schwer geworden Um es Noch vernünftig ohne Save States Zu spielen Flop Ich stirb mal Ah Schon wieder Sequel Exit Aber ich denke auch wir machen Ich denke wir machen nur noch bis 11 Ich Denke Dann ist gut Das ist irgendwie fast anstrengender Als Work Legacy Und 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 Shove Nein Zu streamen Ich weiß nicht Vielleicht weil man halt so Weil man viel verschiedenes macht Und Und irgendwie Keine Ahnung Ich kann es nicht Ich kann es nicht Ach Ich wollte mich gerade schon fragen Was machen eigentlich die Und oft Dinger hier Hier sind noch gar keine Blöcke Natürlich wäre mir diese komische Diese komische blöde Wand Die sich bewegt Wieder einmal Die gibt es auch in keinem anderen Heck Ich hasse dieses Gimmick So Mach doch doch einen Einzig Mann Oh Gott Oh Gott Ja Ja aber ich bin in Isaac Ja noch Mitten im Let's Play Da kann ich nicht einfach Random Man 1 Anfangen Das Müsste ich dann im Prinzip Mit aufnehmen Und hoch Weiß ich nicht Weiß ich nicht ob das geht Disney Ich meine man könnte es schon als streamen und dann extra hoch Naja doch das Könnte man zumindest als Gesamt Noren Ja gut das stimmt ich könnte von vorne anfangen Aber dann würde ich halt trotzdem irgendwelche Items sehen die ich noch nicht kenne und die sind dann im Let's Player nicht mehr blind Wenn dann müsste ich es halt wirklich dann auch als Streaming hochladen oder es direkt mit OBS aufnehmen da weiß ich halt dann nicht weil ich ja wenn ich mit OBS aufnehme dann habe ich eine ganz andere Einstellung als die mit der ich streame Ach stimmt hier war ein Secret Exit warte mal Wie kommt man da hin Von da drüben Irgendwie Wir müssen also ein zweites Mal durch das Level Leute wir kommen auch Wir müssen so oder so zweimal durch das Level Weil ja ein Secret Exit ist Och nö Hä wo bin ich jetzt ist das nicht der Anfang Das ist Nee ist nicht der Anfang Nee ist nicht der Anfang Das war so ähnlich Oh Blume Blume? Blume Oh die brauche ich auch Iiiich So nein 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 Das Level verwirrt mich irgendwie schon wieder Au Ich brauche die Blume verdammt Das ist ja voll doof wenn man hier die Blume verliert dann muss man sie umbringen im Prinzip Weil man sonst nicht mehr durch die Blöcke kommt so jetzt aber hier volle kann hier durch volle möhre möhren sind lecker ich mag möhren nur dass wir das auch mal geklärt hätten mögt ihr auch möhren ja natürlich kann ich nur noch drücken das stimmt alter was für ein blödes level das geht auch und gleich noch mal dieses wunderschöne level weil sie wenn alle level in der welt so sind dann kriegt krise moment das ist ja schon jeder anfang na gott sei dank alles ja muss ich ja nicht mehr durch das level dann bin ich schon wieder versöhnt sehr schön nein das war zu langsam das kriegen wir hin geht das nicht aus der distanz na bitte schwere geburt huch warum ist denn da noch ein block aufgetaucht aua ich glaube das ist gefickt sieht eigentlich ganz gut aus wie du das machst hab nichts gesagt nee das war einfach zu weit weg also zu lang von einem bis zum anderen das stimmt das geht nach hinten los dekutui oh das will ich mir angucken jetzt aber zelda musik sonst drehe ich durch das ist keine zelda musik aber hier 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 ist wenn ich hier ein p-switch und so dann könnte man da mal nach unten gucken aber es ist ja es sind schon das ist ein erinnert durchaus an den deko baum das ist cool das ist cool aua warum warum revinte ich eigentlich ja egal counterfeil ich lese die ironie hier raus vor allem so oft wie ich weinen muss ich spiele richtig gut ja das ist was 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 war da eine shell dabei ne 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 da brauche ich ne blume was okay dann bleiben wir halt oben ne 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 Ach so, ich kann ja zweimal hier durch. Spiel mal den Springbots & Shells Hack. Äh? Kenn ich dich. Subblblblblbl. Nein! Moment, da brauche ich schon wieder so... Da brauche ich auch ein Peace Witch. Der Original-Dekobomb war aber nicht so komisch aufgebaut. Ach, lass mich doch einfach nach oben, bitte. Danke. Und zwar ohne, dass ich meine Blume verliere, die brauche ich noch. Also gehen wir jetzt doch hier hoch, ja? Mit der Blume im Gepäck. Ja, wir gehen hier hoch. Okay. Okay. Ja, Puzzle Project. Puzzle Project können wir auch mal als Dream machen. Meine F... Ja. 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 Ich hab's nie getan, weil er mich immer wieder damit genervt hat. Allein schon aus dem Grund. Aber ja, könnten wir mal als Streamer machen. Und jetzt kommen wir unten raus. Wie cool, dass bitte einfach mal durchdacht ist. Ich hab nix gesagt. Warten auf den P-Switch ist natürlich blöd. Vor allem unnötig, hätte man gar nicht machen müssen. Ich mein, man muss dann ja eh da runterklettern erst mal. Aha, aha, aha. Oh. Okay. Habe ich's doppelt gemorpelt gesagt? Ja. Das ist nicht... Habe ich das echt so gesagt? Oh Gott, okay. Ja. Ja, das... Okay, okay, oh Gott. Es ist nicht mal um. Ja. Habe ich jetzt immer... Peinlich. Was ist das für ein Block? Hm, keine Ahnung. Richtig, da war noch kein Ende bei Nerfled in sich. Da haben wir schon Puzzle... Puzzle World gespielt gehabt. Was, da ist ein P-Switch... Was? Okay. Hier ist ne... Hier taucht ne Tür auf. Wenn ich den P-Switch drücke, taucht da ne Tür auf. Natürlich. Aber wie komm ich da hoch? Springboard. Mensch, jetzt so ein Springboard aus dem Springboard und Ding ins Heck. Das wär's doch. Äh... Oder überhaupt irgendwas zum Hochwerfen. Wird ja schon reich. Äh... Na, ach ja, Shell. Okay. Guuuut. Jetzt ist allerdings der P-Switch schon wieder weg. Das heißt, es muss nochmal später ein P-Switch kommen. Au. Das hat wehgetan, du Assi. Natürlich. Ja. Nein. Das hat schon wieder so'n P-Switch gedöhnt. Oh, was ist das denn für ein langes... Zeug. So kompliziert war der Deko-Bomb nicht aufgebaut. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Äh... Man hätte da oben aber auch noch hochlaufen können. Jetzt bin ich hier. Natürlich. Ist in Ordnung. Nein. Nein. Lasst mich durch in der Zeit, bitte. Nein. Lasst mich bitte in der Zeit da durch. Danke. Danke. Ich hab' alles verloren. Bei dem Kampf um die Tür zu kommen. Äh... Oh Gott. Okay. Ach, jetzt komm' ich hier raus. Ach, jetzt drück' ich den wahrscheinlich hier unten, oder wat? Und lauf' hier hoch, oder wat? Na, super. Ah, ja. Und wenn man die Yoshi-Coin unten nochmal haben wollen würde, müsste man da nochmal... Okay. Wo sind wir jetzt? Deswegen ist da oben zu, weil man... Auf die Gefahr, dass man zu schnell hier runterkommt, dann könnte man nämlich hier den... Okay, ja gut, aber das hätte man besser lösen können. Von mir aus. Oh, hier wird's endlich draußen, danke. What the fuck? Was für ein langes Level. Da hat sich jemand viel Mühe gemacht. Whispy Woods. Wie viel haben wir es denn 11? Mach' halt Welt 3 noch fertig und dann... Ist gut. Oder das Level hier noch und dann ist gut. Da ist ein Spring-Bow. Und Shell-Jump. Super, den Shell-Jump krieg' ich hin und dann geh' ich in den Geisterring rein. Geisterring, lass mich in Ruhe. Nein! Ich möchte euch nicht anstecken mit Gähnen. Oh Gott. Was für ein gemeiner Sprung. Oh, da war so ein... Da ist ja ein... Ein Ansatz von... Von Dings dabei. Ein Ansatz von... Lost Woods. Dü-dü-dü. 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 Das ist ja cool gemacht. Lief das Lied? Das Lied lief aber schon mal, oder? Da hab' ich nicht rausgehört damals. Damals. Vor fünf Minuten. Ach, ich geh' jetzt wieder nicht weiter. Ach, ne, schon wieder solche Brücke. War ich eine Blume? Hab' ich nicht. Aua, ha, ha. Das könnten wir jetzt ja mal mitnehmen. Dö, was? Was? Wo, wo geht... Wo geht weiter? Aua. Was? Hier hoch? Ah. Na gut, da kann man aber auch ohne Springboard hoch. Ja, okay. Aber ich hab' das Springboard gebraucht, um's zu finden. Ja, wo geht's denn jetzt? Hä? Hä? Kann es sein, dass ich dumm bin oder so? Ach, hier! Nee, wieder nicht! Wo ist denn das Springboard rum? Aber hier geht's weiter. Das ist doch schon mal was. Ich hab' den Weg da hoch nicht mehr im Kopf gehabt. Da wieder. Da wieder. Ja, es hat so'n Teil von Lost Woods. Mit ganz viel... Mit ganz viel gutem Willen. Aber jetzt verstehe ich, wenn das wirklich alles... Ja, toll, Springboard brauche ich jetzt dann gar nicht. Hä? Wenn wirklich alles selbst gedingst ist, dann erklärt sich das auch, warum er auf der Seite die ganze Musik als MP3 zum Download anbietet. Ach nein, nicht schon wieder du. Oh, Gott sei Dank, kurz, kurz, kurz spreche ich nur. Was? Ja, das Springboard habe ich doch ge... Oh, nein, das war ne... Das war ne Palme, die man nur kommt, wenn man nicht weiterkommt. Man hätte auch... Okay. Also, ich brauche ne Springboard und ich brauche ne Koopashell. Hat er gesagt. Wo? Wo? An welcher Stelle? Ah, doch, ich weiß, wo ich die Koopashell brauche. Aber wie komme ich an die Koopashell ran? Und wo gab's denn die nächste Koopashell? Es sind ja nur kleine Koopas. Mit der Shell kann ich dann ja diese Blöcke da oben auf... Kaputt machen. Ach, hier ist ne... Hier ist ne Shell, natürlich. Shit. Shit. Nein. 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 Oh. Na, komm. Na, bitte. So, dann machen wir hier nämlich die Blöcke kaputt mit der Koopashell. Und... Ja. Irgendwann brauchen wir bestimmt noch das... Dann bräuchte ich jetzt das verfluchte Springboard. Ah, um zurückzukommen. Na, scheiße. Dann sollte ich den da noch nicht drücken und die Koopashell hier liegen lassen. Und stattdessen die beiden Double Grim. Wie gesagt, du spielst super. Ja. So, hier soll ich dann nämlich hoch mit dem Springboard eigentlich... Diesmal schaffe ich es aber zeitlich, oder? Oder? Nein, natürlich nicht. So. Die, 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 die... Hier war das jetzt, na? Ja. Oh, Mann. Ach, hier war... Na? Man hätte sich da auch einfach nur durchdrücken können, ja? Mal schauen, ob er es gefixt hat. Na ja, das war das. Äh, wo habe ich jetzt eigentlich... Nein, ich habe es nicht... Ja, ich bin doch blöd. Ups. Nochmal. Upsi. Ich hätte den Save-State setzen sollen, bevor ich rewinde. Das hätte mir ein wenig Laufweg erspart. Aber hey. Wie gesagt, ich spiele super. So. Aha, aha, aha. Bitte nicht noch mehr Puzzle. Krieg mir ja Kopfschmerzen von. Nein, wir sind noch nicht bei Inferi. Gut, wären wir bei Inferi, würde ich gleichzeitig auch noch von... Leuten zugequatscht. So, Bossi. Boss-Time, Wispy Woods. Hallo, Kirby-Boss. Ach. Eine Straße volle Hindernisse, ja? Okay. Kann ich da... Ich will erst mal gucken, ob ich die kaputt... Ja, ich kann die kaputt machen. Gut. Die bestimmt nicht. Aber Spinch haben kann ich da drauf, oder? Ja. Na gut. Das heißt, es ist gar kein wirklicher Boss, sondern es ist ein Durchhalten. Von mir aus. Oder kann ich ihn... Kann ich einfach hier bleiben? Oh. Nicht, wenn so ein kleiner Bottle-Dee kommt. Dann bleibe ich... Aha. Nee, ist nicht ganz so klug. Doch. Ich bleibe vorne. Die Idee war gut, aber... Das war es dann auch schon. Oh, das sieht komisch aus mit den Wolken. Da hätte ich die Wolken weggelassen, weil... Das sieht echt komisch aus mit den Stacheln, die aus dem Boden rauskommen und hinter den Wolken sind. Das sieht nicht schön aus. Dann hätte ich die echt weggelassen. Die machen zwar eine gewisse Atmosphäre, aber das hier sieht halt echt komisch aus. Hier. Und hier. Einfach mal mittendrin weg. Mittendrin abgeschnitten. Das sieht merkwürdig aus. Meine Güte. Also, das möchte ich auch nicht ohne Save-Stage spielen, ganz ehrlich. Weil das doch... So. Take this. Muss man ihn töten? Ach nee, okay. Aber wir haben noch nicht alles in der dritten Welt. Da fehlt noch ein normaler Exit. Müssen wir gleich noch nachholen. Ach doch, ich mag Kirby mit seiner rosa Farbe. Aber klar war er auf dem Gameboy im Prinzip weiß. War er ja sogar auf dem... War er ja sogar auf dem... Auf der Packung weiß. Weißer Kirby. Dann ist er rosa geworden. So, da drüben ist nämlich noch ein gelber Punkt. Der führt halt hierhin wahrscheinlich. Den machen wir noch und dann hören wir auf. Dann hören wir auf. Ich kann noch nicht versprechen, ob ich Donnerstag weiter streame. Es kann auch sein, dass wir es erst nächste Woche machen. Je nachdem. Oh, das ist... Ah, das ist sowas Cooles. Das mag ich. Das erinnert auch gleich wieder an hier Dingens. Golden, Golden Coins. Golden Coins hat auch Spaß gemacht. Ist zuletzt plain. So. Sonst würde ich es nochmal machen. Spätestens jetzt würde ich es let's playen wollen. Weil ich mich wieder dran erinnert habe. Aber da es schon gemacht habe, geht das nicht mehr. Das ist eigentlich cool. Irgendwann hat man so die ganzen Spiele durch, wo man irgendwann mal gesagt hätte, ach, das könnte ich eigentlich auch mal let's playen. Terranigma zum Beispiel auch. Da habe ich ja wirklich gesagt, das könnte ich eigentlich mal. Und das, ja, das war dann auch ein cooles Let's Play. Der Virtual Boy. Oh Gott. Das gefloppte Projekt von Nintendo. Ja, du hättest Genickprobleme und auch Probleme mit den Augen. Vermutlich. Oh Gott, dieses Ding. Wow. Die Idee war gut, aber die Umsetzung... Nee, hieß Virtual Boy. Einfach mal googeln, Sonne. Das war so der Anfang. Da wollten sie so ein bisschen mit 3D arbeiten und mit... Das ist eine, das ist eine Konsole von Nintendo gewesen, die halt total gefloppt ist, weil die ziemlich schlecht war und es gab auch kaum Spiele dafür. Das sollte so ein bisschen mit 3D anfangen und mit, mit, äh, eben virtuell, dass man wirklich mitten im Spiel drin ist. Und, ja, es ist nicht das geworden, was es sollte. Man kann es nicht wirklich beschreiben. Du kannst dir auch, äh, die Folge vom Angry Video Game Nerd dazu angucken. Die ist sehr schön. Falls du den kennst. Der hat dazu auch eine coole Folge gemacht zum Virtual Boy. Ja. Ja, das Ding sieht schon interessant aus. Sonne ist so eine Spinne. Und das hast du dann auf den Tisch gestellt und dann bist du mit dem Kopf davor und dann hast du den Hals gebrochen. So ungefähr. Ich hatte ja auch, ich hatte nie so ein Ding gehabt, aber... So stelle ich mir das vor, wenn ich die Bilder sehe. Die erotischen Spiele, ja. Absolut. So. In noch ein Level willst du mich... Der Heck will nicht, dass wir aufhören. Oh, Mann. Na gut. Dann das Level halt auch noch. Aber danach ist Schluss. Wenn ich wieder beim Schloss stehe, ist Schluss. Beim Schloss. 3D Games for a 3D World. Ja, und viele, viele Jahre später kam dann der 3DS. So schließt sich der Kreis. Oh, shit. Der dann nicht mehr ganz so gefloppt hat. Wir wollen das auch nicht nur tun. Aber es ist ja schon spät. Das Lied mag ich eigentlich. Du, 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 du. Du, 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 du. Fuck this shit. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Doch, ich mag das Lied. Das ist ein schönes Athletics-Team. Wir sind doch nicht bei Kai's. So, was ist das denn hier für ein Käse? Oh, noch mehr von dem Stuff. Ja, jetzt. Wesen. Ich hab schon verstanden, was du gemeint hast, Fritz. Wobei, du hast es doch richtig geschrieben, oder? Wir wollen das auch nicht. Nur du willst das. Also, hast du gemeint. Hab ich schon so verstanden. Ah, ich kann nicht mehr sitzen, Mann. Huch. Was für ein blöder Safestead ist das denn? Bin ich ja beim Boss. Den machen wir nicht nochmal. Alter, diese Pflanze, ne? Ich komm nicht drüber jetzt. Danke. Aber das Level ist cool aufgebaut, muss ich mal sagen. Hat was. Schöne Ideen. Schöne Ideen, wie man Leute quälen kann, auf jeden Fall. Du, 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 du. Wieso hab ich mir jetzt eine Shell geholt, um das auszulösen? Ich weiß es nicht. Spielen im Stehen, Knien oder Liegenweite. Nee. Nope, nope. Aber es freut mich natürlich, dass ihr das so... Unterhaltsam finden würdet, dass ihr das wirklich jetzt noch länger anschauen würdet. Ei, ei, so. Aua, 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 aaaah. Fuß. Was tust du? Hör auf damit. Und noch leben. Oder zwei. Yay. Mit dem Mitchell Ball würdest du ihm liegen spielen, ja. Haben wir jetzt alles bis zum, bis zum Weg hierher? Oder habe ich auch was ausgelassen? Construction Site wird schon kein Secret Exit haben. Die Leute damals im Ersten Weltkrieg mussten auch irgendwie ihre Streams machen. Die hatten andere Sorgen. So, gehen wir speichern. Auch weil wir das gerade wahrscheinlich gemacht haben. Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Flum. Wir haben nicht gejammert, dass sie nicht mehr sitzen konnten. What the fuck? Ja. 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 Okay. Aaaaaah. Aaaaaah. Reicht. Halt, ich sollte noch ein Save-Set setzen und noch ein extra Save-State. Nur, falls hier irgendwas kaputt geht. Und wir irgendwas plötzlich nicht mehr haben. Das ist ja auch ein bisschen verschieben. Bist du eine Dance Dance Revolution wartet denn beim nächsten Stream? Ja. Nein. Und Cam, ja, wir, 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 ja, wir können es mal probieren mit Cam, wenn es dann zu sehr leckt, können wir ja. Hier bei Zs ist es ja auch ganz gut, da kann ich das ja auch ein bisschen verschieben. Hier kann ich ja sagen, guckst du, gehst du hier. Und dann kann ich sagen, guckst du, äh, oh, auf der Szene habe ich gar keine Webcam eingestellt. Die Webcam müsste ich sowieso als globale Quelle besser hinzufügen, ne? Dass die überall ist. Webcam. Nicht die. Ach doch, natürlich die. Ich bin auch blöd. So. Dieses Gerät wird bereits in einer oder mehreren Szene als Quelle benutzt. Ja, natürlich, ich will es doch auch als globale, oh. Oh, was? Bin ich noch da? Hallo? Äh. Nicht die. Ach, ich bin noch da, okay. Weil Twitch hier auf einmal sagt, ich bin offline. Ach, jetzt, jetzt bin ich wieder, okay. Gut, gut, ich war gerade irritiert. So, dann muss ich hier wahrscheinlich das hier entfernen. Ja, möchte ich. Und das hier auch. Was ist das denn jetzt für eine Kamera? Ja, das ist auch die. Das muss alles raus. Das heißt, wenn man eine globale Quelle hat, dann darf man nicht andere Quellen, also darf man es nicht in einer anderen Quelle haben. Was ist das denn für ein Quark? Warum vor allem? Macht überhaupt keinen Sinn. OBS. Äh, kann ich es jetzt hinzufügen? Und jetzt habe ich die quasi in jeder Quelle zur Verfügung. Nee. Hä? Wo ist denn die jetzt? Wie funktioniert denn der Quark mit den globalen Quellen? Hä? Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ähm. Ach so. Dann kann ich hier jetzt quasi globale Quelle Webcam hinzufügen. Aha. Und jetzt habe ich die hier auch. Dann wäre das da unten. Okay. Ja, wir machen... Rot und Schwarz, wir machen noch was mit dem Virtual Boy. Richtig. Jetzt leuchtet mich die Kamera hier an. Oh. Ich bin live. Oh mein Gott. Ist die Frisur heute besser? Ich glaube, ja. Das ist ungewohnt, sich zu zeigen. Wenn ich das mal so sagen darf. Zeig dein Zimmer. Nee, das ist viel zu unaufgeräumt. Das geht nicht. No way. No way. Aber so könnten wir das durchaus... Wir spielen jetzt ein Level, um zu testen, ob es jetzt noch flüssig bliebe. Alles. Das können wir machen. Denn ich fürchte fast, dass das nicht so gut geht. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Macht doch auch ein Hall Hitler. Nee. Aber das haben sie sehr gut gemacht. Das hat der Jan Böhmermann großartig gemacht. Großartig. Leider hat er damit sämtliche Gags schon weggenommen, die wir jemals bringen könnten. Aber es war großartig. Ja, das mit der Camel in der Itembox, da will ich schon ein kleines Video dazu machen. Die Idee fand ich großartig. Aber natürlich nicht richtig im Let's Play. Die Itembox verdecken ist jetzt nicht so die beste Idee, glaube ich. Aber, äh, ja. Also im Let's Play lassen wir die Webcam draußen. Aber die Idee fand ich großartig. Da will ich auf jeden Fall was zu machen. Musst du nur schauen, dass das wieder nicht ganz so bescheuert aussieht. Sondern dass da ein bisschen was... Eine Duschentröte, nein. Live-Zimmer aufräumen? Nein. Oh Gott, ich werde sterben. Oh je. Trotzdem ist das irgendwie komisch mit Webcam, muss ich sagen. Das ist ungewohnt. Das ist... Das ist definitiv ungewohnt. Schaffe ich das jetzt bitte hier runter? Ich täte mich freuen, danke. Ja, aber im Let's Play... Ähm... Nee, das... Nee. Nee, 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 nee. Das würde ich nur machen, wenn ihr alle mitmacht. Nein. Haben wir eine Jan-Cam, eine Dani-Cam, eine Felix-Cam? Ich weiß gar nicht, ob das ginge. Müsste man die ganzen Sachen aus Skype aufnehmen? Nee, das würde nicht funktionieren. Oh, was, das ist denn hier ein Piratenschiff? One Piece. Na, 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 na. Aber ein rosa Piratenschiff. Interessant. Die gehen nicht kaputt. Das sind da so eine Off-Blöcke oder was sind das für Blöcke? Keine Ahnung. Jedenfalls gehen sie nicht kaputt. Pink! Ja, okay, von mir aus auch Pink. Von mir aus auch Pink. Ach. Ach. Mein Lieblingslied von Pink ist ja Bridge of Light. Ach, weil das jetzt gar nichts mit Pink zu tun hat, aber hey. Also mit der Farbe Pink. Mach mal ein Litz. Guck, wie du eine Tiefkühlpizza machst. Ja, nee. Den Unterschied der einzelnen Pizzen, das kann ich schon erklären. Die sind da tatsächlich unterschiedlich. Also logischerweise, weil... Auch komisch, wenn nicht. Äh... ...richtig gut, was ich hier für den sammle, die du dann in... ...Bedron-Meilensteine umwandeln kannst. Ja, nee. Das wäre sicher zu sehr von die Kay übernommen. Das stimmt. Die Kay hat ja jetzt, man kann es ja mal, ähm... ...ähm... 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 ...dings kurz sagen. Äh... ...32.000 Euro für die... ...für die Deutsche Kinderkrebsstiftung... ... äh... ...Kinderkirbshilfe eingenommen. Da hat er während des Novembers äh... Also für alle, die es nicht wissen, weil das finde ich schon eine ziemlich interessante Geschichte. Während des Novembers hat er ja alle Spenden, die an ihn gegangen sind, sozusagen gesagt, das wird für die deutsche Kinderkrebshilfe verwendet. Da ist jetzt über 32.000 Euro eingegangen. Das ist schon krass. So, wen spielen wir denn jetzt? Also gegen wen? Gegen Lemmy mit einer Katze. Pizzaburger! Ja! Ja! Großartig! Richtig lecker! Den Diablo nicht, der ist mir zu scharf, aber die anderen zwei mag ich sehr. Dani regt sich ja nicht nur über die Kay auf, regt sich ja über alle auf, die irgendwie Geld... von... sich von Abonnenten Geld geben lassen. Also in Form von Spenden und so weiter. Haben wir ja dann morgen auch im Inferi-Part. Das Thema. Ich lese den Text übrigens wieder gar nicht. Wieso haben wir eigentlich schon wieder einen Boss? Ich dachte, wir sind in der dritten Welt... Ist das jetzt erst das Ende von der dritten Welt? Das ist natürlich auch gut möglich. Warum ist die Katze eingesperrt? Böser Lemmy. Ich glaube, den schaffen wir ohne Safe-State. Yo! Mario! Flop! Und tschüss! Captain Neko, ach so. Das war der Captain von dem Schiff. Spoiler! Das war kein großer Spoiler. Ja, vielleicht deswegen über die Kay, weil ich ihn halt verteidige. Aber ich würde jeden anderen auch verteidigen. Oh, was zum... Das Level geht noch weiter? Okay. Das sollte eine Katze sein, ja. Das war Captain Neko. Kennst du nicht Captain Neko? Das ist eine Bildungslücke, lieber Skew. Mach mal ein Ferienvideo, wo du alles im First Drive packst. Won't happen. That won't happen. Never. Das mache ich dann als eine Million Abo-Special. Ja! Neko heißt auf Japanisch Katze. Oh mein Gott! Was für ein Coïnzidenz. Ist er so. Ich sollte nur noch Mario streamen, ich habe viel mehr Viewer. Ah, nee. Wir streamen schon auch wieder Shovel Knight. Irgendwann. Und die Bosse bei Rock Legacy. Und andere Spiele. Ja, da es nie zu den... Eine Million Abonnenten kommt, kann ich das schon vers... Versprechen... Nee, Versprechen ist stimmt. Versprechen ist scheiße. Hast du recht. Habe ich ja schon gesagt. Ich sollte nur... Ja, ja. Das stimmt. Das würdet ihr nicht mal schaffen, 999.999 Fake-Accounts zu ersch... Nee, das würdet ihr nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Ich glaube... Das ist... Nein, nein. Das ist nicht drin. Wir sind also quasi jetzt erst in Welt 4. Dann haben wir ja wirklich noch Welt 3. Dann war das ja... Wir sind immer noch ein... Was ist das denn für ein langes Level? Are you shitting me? Danke. Ja, wir kommen jetzt erst eigentlich in Level 4. Dann hat das eigentlich noch zu Level 3 gehört. Dann hat es ja gepasst, dass wir das noch gespielt haben. Fritz! Ja, die kenne ich durchaus. Wie kommst du denn da drauf? Ach, ich habe immer noch die Cam... Ich merke... Ich... 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 Wow! Ich habe gerade die ganze Zeit komplett ausgeblendet, dass hier die Webcam an ist. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Das war die ersten... Äh... Alter, meine Hände sind riesig, wenn ich das so mache. Ich sollte das lassen. Die... Du hast mich gegoogelt. Sehr gut. Ja, ich wohne da. Ähm... Das war... Das war die ersten Momente im Level. Habe ich die ganze Zeit an die Cam gedacht. Jetzt habe ich die komplett vergessen und sehe gerade den OBS. Hey! Du bist die ganze Zeit live. What the fuck? Das ist echt ungewohnt. Man vergisst das komplett. Man vergisst, dass diese Kamera läuft. Das habe ich schon oft gehört, aber ich habe es nie geglaubt. Man vergisst es tatsächlich. Fuck. Okay. Ich habe da gar nicht mehr dran... Ich hoffe, ich habe nicht blöd geguckt. Ich gucke nämlich immer blöd. Grundsätzlich. Ja. So, jetzt aber genug. Nü ist gut. Nü ist gut. Jetzt wird Conan paranoid. Ja. Äh... Busy. Ja. Nein. Bisher waren nicht alle meine Streams mit Cam. Die sollten wir auch ein bisschen kleiner... Die ist ganz schön groß, ne? Die könnten wir eigentlich ein bisschen kleiner machen. So ist super. Flomp. Naja. Dieser Puschel da ist schon... Sieht interessant aus. Sieht echt blöde aus. Aber... Aber er ist... Er ist... Er ist nützlich. Er ist durchaus... Ich sollte hierhin gucken. Ich gucke... Ich gucke auf mich. Ich gucke auf mich, wenn ich mit euch rede. Ich muss aber in die Kamera gucken. Das ist aber wieder komisch, weil dann kann ich nicht gucken, wie ich aussehe, wenn ich an die Kamera gucke. Hm. Ich gucke euch jetzt so lange an, bis ihr weg geht. Nein. Riesenhände. Die sind aber auch so recht groß irgendwie. Ich bin ja auch so recht groß mit meinen 1,97,98 mittlerweile. Keine Ahnung. Zwei Meter sind es noch nicht und die müssen es auch nicht werden. Ich schrumpfe eher wieder. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut, dass ich meinen Zenit schon erreicht habe. So. Dann beenden wir jetzt mal den Stream. Du siehst nicht anders aus. Ne, aber der Blick ist natürlich anders. Wenn ich jetzt hier hingucke, dann gucke ich ja da hin. Und wenn ich in die Kamera gucke, dann gucke ich ja da hin. Das müsste doch ein Unterschied sein. Jetzt gucke ich auf mich. Jetzt gucke ich in die Kamera. Jetzt gucke ich auf mich. Jetzt gucke ich in die Kamera. Ist das blöd? Was ist das für eine... Nein. 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 Oh Gott. Jetzt fliegen hier die ganzen... Nein. Oh. Boah. Super. Jetzt fliegen hier mir die ganzen Blätter durch die Gegend. Meine Notenblätter. Moment. Ich bin hier gerade wo drüber gestolpert. Das muss jetzt erstmal hier... Scheiße. Moment. Nein. Das wird so zerknittert. Das kann ich nicht machen. Nein, 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 nein. Schön gerade rein. Schön gerade, dass sich hier die Blätter nicht zerknittern. Ähm, falls ihr euch, falls ihr gerne Keyboard spielt und ihr zu blöd seid, so wie ich, bei gewissen Liedern die Akkorde zu spielen, aber die Melodie auswendig hinkriegt, also von selbst auf die Melodie kommt, dann empfehle ich euch die Seite Gitterchords oder so ähnlich heißt die. Da sind von verschiedenen Liedern die Akkorde aufgeschrieben und wie gesagt, die Melodie nicht, es sind keine Noten dabei, aber es sind die Akkorde aufgeschrieben. Und ich wollte gerade hier ein Beispiel suchen. Zum Beispiel von Let It Go. Und dann... Und dann hat man hier sozusagen die Akkorde und die Melodie muss man natürlich noch selber spielen. Also die Melodie muss man auch selber drauf kommen. Wenn man das auch nicht kann, dann gut. Aber ich kann zum Beispiel, ich komme auf die Melodie relativ einfach, wenn ich auch wirklich will, aber ich kann halt nicht die Akkorde dazu spielen und da kann ich jetzt relativ viele coole Lieder spielen. So ein bisschen zumindest. Da ist auch Truth Beneath the... Ich kann das Lied nicht aussprechen. The Truth Beneath the Rose von Wrath and Temptation. Gott, da sind so viele TH drin. Ich kriege die Krise. Das ist so ein geiles Lied. Ja, das... Ich wollte eigentlich diese blaue Flüssigkeit zeigen. Moment. Komme ich da hin ohne das Kabel hierzu? Kabel, alles. Furchtbar. Äh. Schleichwerbung. Wir machen jetzt, wir machen jetzt ein Haul. Ich habe, ich habe mir ein, ein gutes, einen guten Raumduft gekauft. Den macht man einfach auf und dann duftet der von selbst die ganze Zeit, bis das Ding leer ist. Das ist voll gut. So. Äh. Und wieder zurück. Ah. So. Du, Philippse. Äh. Spiel mal. Äh, nee. Ich verspiele mich viel zu oft. Das ist noch nicht so... ...ne gute Idee. Ach, aber hier sieht es echt aus, meine Fresse. Aber, heute kam, äh... Heute kam, die dritte DVD. Von, ach so, ich sollte hier übrigens, ich sollte hier übrigens umstellen. Wir spielen nix mehr. Ich spiele nicht. So, und das sollte ich hier auch... Flop. So. Oh, das sieht da auch toll aus, wie ich hier die Wand hohe, die Hand hochhalte. Äh, ja, heute kam die, die, die dritte DVD von Killer Kill mit, von, mit Amazon 4. Vier DVDs haben die rausgebracht. Die vierte kommt dann Ende Januar, glaube ich. Die habe ich alle von mir bestellt. Das ist auch so ein guter Anime und die haben den echt gut synchronisiert. Deswegen habe ich mir gedacht, das, das doch, das muss ich, das muss ich honorieren. Und das muss ich mir holen. Die muss ich mir alle drei holen. Äh, alle vier. Aber da komme ich jetzt eh nicht zum Gucken, weil das wäre jetzt noch ein bisschen viel. Vielleicht am Wochenende. Mal gucken. Hier muss ich hingucken. Da. Nicht so nah ran. Das sieht ja auch blöder aus, wenn ich da so nah ran gehe. Ich kann mich, ich kann mich selber überhaupt nicht sehen. Das ist auch so ein blödes... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann das. Ich, ich, ich hasse das mich selbst. Also ich hasse es nicht direkt, aber es ist merkwürdig. Hm. Äh, nee, es ist keine schlechte Luft, aber das riecht einfach ganz gut. Ich meine, wenn ich das Fenster aufmache, dann riecht es halt nach Luft. Aber das hier ist halt so ein bisschen, äh, Gletscherbrise heißt es, glaube ich. Das riecht echt ganz gut. Das ist so wie, wie im Bad. Da hast du jetzt ja auch nicht einfach nur, du machst ja nicht einfach nur das Fenster auf, sondern du hast ja auch so ein bisschen Raumspray oder sowas in der Art. Ich muss immer alles rumfuchteln, wenn ich was erkläre. Es ist, ah, sich selbst analysieren ist auch furchtbar. Du machst auch keine... Naja, das ist Geschmackssache, würde ich sagen. Frische Luft habe ich ja sowieso. Fernste ist oft genug offen. Jetzt gerade nicht, weil sonst würde man mich die ganze Zeit hören. Das möchte ich dann doch meinem Nachbarn nicht zumuten. Auch wenn die mir andere Dinge sonst immer zumuten. Ja, aber... Ansonsten würde ich sagen, ist das halt echt Geschmackssache. Wie riecht eine Gletscherbrise? Ich weiß es nicht. Was ist mit der Brille? Was ist mit der Brille? Ne, ich weiß es nicht. Spirituelle Räucherstäbchen. Ne, so schlimm ist es nicht. Das ist einfach nur so ein ganz guter Duft halt. Wo man halt auch nichts machen muss. Man macht es einfach hin und dann... Ja. Wenn man zum Beispiel mal Regist zu lüften, dann riecht es immer noch gut. Ne. So, jetzt beenden wir mal wirklich. Ich will noch kurz ins Skype gucken. Muss noch schauen, wer mich heute verarscht hat. Und denjenigen dann verprügeln. Ne. Der ist wahrscheinlich eh schon offline. Und ansonsten ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob wir dann Donnerstag streamen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Paranoia. Nein. Nur ungewohnt. Alles nur ungewohnt. Äh. Was wollte ich sagen? Tschüss. Ich sag einfach Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Ist wie immer schön gewesen. Und ich brauch mein mein ich brauch mein Endscreen. Moment. Endscreen kommt jetzt. Jetzt sieht man mich nicht mehr. Jetzt sieht man mich nicht mehr. Jetzt sieht man mich nicht mehr. So. Ich muss noch kurz warten, bis ich OBS ausmache. Weil sonst beendet das Film sich vorzeitig. Deswegen nochmal. Danke fürs Zugucken. Und tschüss. Also geht es mit euch. Sä Crowdnen. Und trainiert das Film tired. Vielen Dank.